Musik 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 Yo Was geht? Wir sind da in Valencia Wir begrüssen euch ganz herzlich aus Valencia Eine Woche Ferien Das ist der Strand Das haben wir zusammen gesehen Das ist Valencia Das ist der Hafen Der Hafen ist hier drüben Das ist die Playa Playa ist auf Spanisch Das ist der Strand Da drüben haben wir das Mittelmeer Ist das Mittelmeer oder? Das ist das Mittelmeer Mittel Atlantik Ozean Ja und Wir geniessen heute das Wetter Wir geniessen heute Temperatur Und wir sind glücklich hier zu sein Mit ein paar Kollegen Wir gehen später drüben nach Rügen In unsere Villa Das ist in KDA Weißt? Verstehst? Verstehst? Du weißt was du schon oder? Das ist dort drüben Wir gehen danach dort drüben In Rügen Und ja Wir schalten gleich wieder an Wenn wir dort angekommen sind Also Kleine Montage Von Weg her Wir sehen uns später Let's go Out Willkommen zurück Wir sind jetzt endlich 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 beim Haus angekommen Ich habe mich schon umzogen Ich bin auch schon im Pool gewesen Aber das werdet ihr jetzt gerade sehen Also das ist schon unsere Villa Für die nächste Woche Autos Wunderschöner Garten Pool Ähm Steph Curry, Bro Hintergarten Schlaftimmer Nummer 1 Schlaftimmer Nummer 2 Schlaftimmer Nummer 3 Zeitvonntimmer Timmer Nummer 4 Timmer Nummer 5 Timmer Nummer 5 Und dann Timmer wieder dosen Eine Puzzler Nummer St impedance Schlaftimmer Nummer 3 department Spocking Im heutiler Trieben In Deutschland Im Geeです た feeling Es muss Der Rorovigno galt, oder? Alles? Ja? Nein. Also ja, das ist eigentlich nur so ein Trailer von wo wir sind und was eventuell in der Woche alles noch passieren könnte. Und ich probiere jeden Tag etwas aufzunehmen und auch eventuell jeden Tag etwas aufzunehmen. Also das heisst, morgen gibt es wieder ein Video. Und darum würde ich sagen, Klicke hoch, subscribe, nicht vergessen. Und ja, wir sehen uns morgen. Bibi ist jetzt nicht da. Also join the club. Take it easy, bro. Peace!